Halli, hallo, hallö, ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Empirion Galactic Survival. Ich bin Onkel und wieder mit am Start ist der Kabax. Jo, hallo Leute. Ja, und weiter geht's. Ich baue draußen meinen Grund und Boden noch zu Ende. Hier mein, wie heißt denn das, mein Blatt? Meine Blatt, lande, bla, dein Blatt. Meine Blatt, ey, genau. Ja, damit ich nämlich da endlich mal mit unserem Raumschiff landen kann, anständig. Es hat zwar schon halbwegs funktioniert in der letzten Folge, aber ist halt noch nix, halbes, nix, ganzes, ne? Warum? Naja, weil es noch nicht fertig ist. Was willst du denn noch haben? Ja, ne Platte. Die ist ja noch nicht fertig. Okay. Okay. Du kriegst das schon hin. So, was guck ich denn hin? Du hast doch ne Platte. Reicht die dir nicht von der Größe her? Ist die jetzt schon fertig oder nicht? Na, von der Größe her, ja. Dann ist das super. Nicht, sag ich denn. Ich guck mir die mal an. So, gehen wir mal raus. Das Raumschiff steht ja super schon drauf. Ach, super. Das hab ich ja jetzt, hab ich ja nicht mitgekriegt, dass du die schon gebaut hast. Okay. Ach, weißt du, was fehlt? Nein. Scheinwerfer. Licht. Licht. Okay, klingt, äh... Damit ich auch im Dunkeln bauen kann. Wenn ich jetzt hier unten... Jetzt hast du dich natürlich genau vor der Treppe gestellt. Ja. Weil hier unten ist eigentlich ne Treppe. Wo du runterlaufen kannst. Aber ich glaube sowieso, ich hätte das noch weiter nach außen machen sollen, wa? Ich glaub, das wird zu knapp. Von der Länge her, oder? Weil man kommt jetzt nicht hier rein. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen länger und dann auf beiden Seiten ne Treppe. So wie bei einer Werkstatt, Autowerkstatt. Boah, Alter. Aber das sieht auf jeden Fall geil aus. So, das machen wir weg. Machen wir es halt so. Zufrieden? Jetzt hast du hier ne Treppe, da ne Treppe. Was machst denn du? Ich hab, äh... Den falschen Fuß abgebaut. Scheiße. Jaja, lass mich einfach wollen. Ich mach das schon. Achso, du machst bei dir. Nein, ich hab den... Jaja, ich hab den falschen Fuß gerade abgebaut. Das, äh... War jetzt doof. Okay. So. Rüber. War so, dass ich in der volle... Vollen Lenken am besten... Boah, Alter. So, ist das jetzt besser? Definitiv. Aber du kommst immer noch nicht runter, ne? Doch. Naja, musst du halt ein bisschen drüben parken, musst du schon. Oder soll ich lieber noch eins? Ja, ich geh mal noch eins raus. Jo. Okay. Kann man da auch runterlaufen, kann man ja. So, boah, perfekt. Da ist jetzt aber gar nichts. Das rät perfekt. Ja, immerhin. Ich bin auch mit den kleinen Dingen im Leben glücklich. Man kann sich auch über kleine Sachen freuen, oder? Na gut. So, gucken wir mal. So, hier wird noch gebaut. So ist es denn. Was ist jetzt? Ich guck gerade, ob es jetzt angenehm ist. Angenehm? Ah, ne. So viele brauch ich gar nicht. Egal, ob wir einen mehr oder nicht. Ist ja nicht schlimm. So, und dann brauchen wir noch, ähm... Wir bauen. Minigun wollte ich nämlich bauen. Welche Munitionsart haben die denn? Ähm... Wer ist dabei? Da, 15 Millimeter. Doch, definitiv. Jetzt ist definitiv dein Platz. Boah, Alter, das ist ein Riesen. Ah, scheiße. Okay, also wir brauchen noch ein wenig Material. Was machst du in meinem Generator? Ähm, ich musste eben kurz was bauen. Was heißt Generator? Das ist ein Konstruktor. In meinem? Ja, ich musste da kurz, äh, Fahrwerke bauen, weil meiner schon gerade was gebaut hat. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja. Ist das doch für uns alle. Tschüss, 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 tschüss. Ich verstehe gar nicht, was ist gut. Tschüss. Ey, Finger weg von meinem. Hä, warum hast du die jetzt ausgeschalten? Äh, oh, ja, sorry. Ich schalte mal wieder ein. Und jetzt, jetzt kann ich ja nichts mehr bauen, weil du jetzt baust, oder was? Dann habe ich auch nichts mehr, brächt das ab. Achso, deswegen hast du alles gemacht. Genau. Okay, warte, dann. Warte, was? Warum, hä, was willst du denn jetzt mit den 15 Millimeter Kugeln? Die brauche ich für die, ähm, Miniguns für die, fürs Raubschiff. Achso, ich tue sie dir in deine Kiste, so. Oh ja, das wäre natürlich ganz allerliebst. So, okay, wir brauchen noch ein paar Rumpf-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Blöcke. Ja, aber wir brauchen sogar mehr. Alter! Minigun ist riesig. So, und jetzt brauchen wir noch. Eine Treppe. Eine Treppe. Die. Die Nimmer. Brauchst du eigentlich jetzt unten auch noch mehr Platz? Oder reicht dieser enge Gang? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du runter gehst, die Treppe. Reicht es einfach dieser Strich, wenn du da unten dich bewegen kannst? Oder brauchst du da auch noch? Achso, stimmt ja. Du kannst ja sowieso bloß durch den Strich hochgucken. In Not kann man das später nochmal erweitern. Kann man das, ja? Ja, nein. Okay. Okay. Na, wenn du das sagst. Genau. Ich muss jetzt mal schauen, irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht, wie man... da steht Mini-Gun. Wie kann ich die denn jetzt laden? Ah, da oben. Ja. Klick, 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 klick. Keine Munition. Wie lade ich die denn nach? Ach, vielleicht braucht der... Ah, entweder braucht er eine Munitionskiste oder ich muss einfach nur in die... hier in die... in den Frachtcontainer was reinlegen. Mal gucken. Vollständigkeitshalber mal hier noch was hin. Hier ist aufgegangen. So, tack. Ah, oh, ah, alter Schwede, Abbruch. Alter, so viel Schuss wollte ich gar nicht bauen. Der baut mit einer, einen, ähm... Also wenn du einmal 15 Millimeter baust, baut der gleich 100. Aber gut, vielleicht braucht der auch so viele. Das ist ja der Mini-Gun. Ah, drrrt, leer. Kann ich mir sogar gut vorstellen. Schrank. Na, dann baue ich nämlich extra nochmal eine Munitionskiste. Oh, nee. Dann da ansetze. Was denn? Das habe ich zwar die schöne... Naja, da musst du halt jetzt unten mit Erde auskommen. So kann ich jetzt nicht zubauen da unten. Och, Manu. Okay. Weil ich habe die Blöcke wieder oben drauf, habe ich andersrum gebaut, weißt du? Dass ich oben drauf wieder was stellen kann. Aber das... Ja. Das war's. Erfehlen. Ach, Onkel. Also wirklich. Wie kannst du denn nur? Aber, 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 aber. Kondensatoeinheit. Aber, aber, aber. Genau. Wie wird Kondensatoeinheit? Denn das ist eine Kondensatoeinheit. Ich bräuchle mich mal so einen Generator. Ich weiß halt überhaupt nicht, wozu der da ist. Bei dem Raumschiff. Der Aktorkern braucht er auch. Der Aktorkern braucht er auch da. Was braucht er noch? Hat er noch irgendwas? Hat er noch? Äh, nein. So, dann kann ich ihn mit dem Aktor bauen. Nein. Ähm. Dann baue ich da. Oh Gott, da brauche ich noch ein paar von. Dann Elektronix. Da brauche ich immer genug von. Da brauche ich von. Also echt, diese Standardressourcen, die brauchen wir ja ständig. Oh, die müssen, die müssen Ducken einbauen. Das nützt nix. Das ist nervig, dass ich hier nirgends wo drunter komme, weil ich mich nicht ducken kann. Hier bin ich jetzt blind. Irgendwie habe ich jetzt einen Generator gebaut und der ist gar nicht hier in meinem Baumenü. Ich will doch nur da draufbauen. Hä? Irgendwie ist der Generator weg, den ich gebaut habe. Hä? Generator gebaut, der ist nicht da. Dev. Oh, da muss man wohl damit leben. Was zum Teufel. Warum, nur, wozu habe ich denn denn gebaut? Das war jetzt Materialverschwendung. I don't know. Ne, scheint wohl ein Bug zu sein. Naja, dann. Dann ist das halt so. Ja, man muss jetzt mit der Erde leben. Ich weiß nicht, wie ich es dicht bauen soll. Tut mir leid. Was? Dicht. Was? Was hast du gesagt? Hier runter, wenn du jetzt hier unten, diese Erbe hier drumrum, damit musst du leider leben. Das ist doch egal, das ist kein Ding. Damit kann ich leben. Das wird natürlich dann in Ruhe besser. So, dann haben wir jetzt eine Lande. Ist das auch noch frisch? Was erwartest du? Bei so einem Inkop... Was? Was? Also schreibst du dir wieder weg. Kannst du ja mal bauen, mein Freund. So, jetzt habe ich Munition aufgeladen. So, jetzt habe ich Scheinwerfer und funktioniert es? Okay, reloading. Oha. Hast du es gehört? Ja. Es scheint zu funktionieren. Alter. Okay. Also sie haben immer 200 Schuss. Jede. Und ich habe 600. Also damit können wir auf jeden Fall zum Beispiel eine Waffenfabrik auseinandernehmen. Läuft. So, ich gucke da. Aber schade, dass nur du die bedienen kannst. Finde ich schade. Äh, probier mal. Ähm, setz dich mal ins Cockpit. Naja, nee, ich meine, ich müsste jetzt auf den Dingsplatz, ne? Ja, geh mal auf den Passagierplatz. Boah, das Ding sieht cool aus. Echt? Ich weiß nicht wo. Äh, links. Neben der Waffe hast du doch diese, neben dem Scheinwerfer hast du extra so eine blaue Tür. So eine Art blau, so ein blaues Ding. Eine Richtungsdüse ist das. Nein. Neben dem Scheinwerfer. Guck von vorne. Neben dem Scheinwerfer hast du recht. Genau. So. Kannst du oben links die auswählen? Nee, kann leider nichts machen. Och, Manu. So, wir machen mal kurz eine Tour. Hui. Warte mal, ich würde gerne, wie schaltet man nochmal raus mit? Warte mal, ich kann gerade nichts sehen. Warte mal, ich kann gerade nichts sehen. Warte, Moment, 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 Moment. Noch nicht gucken, lass ich machen. Ich warte. Ähm, und zwar ist das bei mir. Och, Mann, wo ist es denn? Sekundäre Aktion, nachladen. Gegenstand ablegen, das sind dann überhaupt schon alle hellen. Warte antriebe. Och, Mann, oh, ich sehe nichts. V? Okay. Nee, mit V konnte ich bloß... Boah, ist das Ding laut! Okay, sorry. Also irgendwie... Ach so, hab ich's. Ja, so, jetzt kannst du. Weiß nicht warum, aber irgendwie mach ich keinen Schaden. Weil du die nicht triffst? Ja, ist aber gar nicht so leicht, weil das am Fahnenkreuz vorbeischießt. Gucken wir mal, war noch was bei der Waffenfabrik? Oder die hatten wir doch schon angegriffen, ne? Ja, ja. Oh, da war nix drin. Das war ja das Ärgerliche. Ja, ja. Ach, da, guck mal, da besteht ein Piepel. So, tot. Natürlich durft, dass du mal gleich mit beiden schießt. Ich weiß nicht, ob man das noch ändern kann. Ja, dann ist es vielleicht besser, als eine Minigun bloß in der Mitte zu bauen, wa? Ja, ja, aber hätte ich das ja vorgewusst. Kann man ja nicht wissen. Oder vielleicht kann man die auch abstellen. Gab's nicht irgendwo... Ja, hier auf P, genau. Da kann man nämlich... Ich glaub, die kann man dann separat abschalten. Genau, hier, powered. Zack. Nein! Mit F! Hast du gerade gesehen? Links läuft er, ne? An dem Lager draußen. Am Wasser. Ach, da. Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass du... ...ne Minigun in der Mitte baust, noch. Ja, guck mal, rechts trifft man gar nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, das war erstmal ein großes Wert. Okay, da. Schöne Test... Alter, die Munition ist gleich leer. Schöne Testphase. Testphrase. Oh, von der Seite ist es auch gar nicht schlechter als unser Gebäude. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Pff. Oh. Schnell. Es ist so leicht. Regen. Er ist deutlich gelenkiger als das vorherige, ne? Also als ich das da aufgebaut habe. Sag, warte, zack, hoppala. Ja, da muss ich mich immer so hinstellen, ne? Da war... Küchef. Doll. Warum geht das jetzt nach vorne? Achso. Ne. Das ist, wenn du in dem Loch drin stehst. Jetzt. Perfekt. Na? Steigt er mal aus? Ja. So, ich muss gerade mal gucken, ob ich da überhaupt noch genug Treibstoff drin habe. Joach. Locker. Locker flockig. So. Dann werde ich hier mal weiterbauen. Denen, da wollte ich ja auch noch was machen. Ach, da habe ich aber... Wie habe ich denn das hier gemacht? Oh, da ist ein Block. Da ist ein Block. Da ist ein Block. Block, 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 Block. Joach. Im Grunde ist das Schiff jetzt so fast fertig. Ich baue jetzt nur noch quasi Sauerstoff nochmal dran. Und... Ähm... Einen Generator wollte ich eigentlich noch dran setzen. Aber nein, das hat ja irgendwie gefailt. Oder hat er irgendwie nicht gebaut. Ach, wenn man mal nicht immer irgendwas vergessen würde. Das ist... Femme, ne? Aber richtig... Richtig nervig. Das ist Alzheimer. Verstehe ich gar nicht. Wer bist du nochmal? Ja, genau. Was? Wer bist du denn? Oh, ich muss was essen. Das sehe ich gerade. Gut, dass wir genug Fleisch gefarmt haben. Äh, du genug Fleisch gefarmt. Naja, gut. Aber ich sehe das nicht allzu schlimm. Okay. Also, wir haben Fleisch gefarmt. Mittels mir. Aber ich habe das Haus... Aber ich habe das Raumschiff gebaut. Nein, wir haben das Raumschiff gebaut. Haben wir toll gemacht. Ja. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen auf jeden Fall noch hier wieder Material. Ja, wir müssen bald mal wieder farmen gehen. Was brauchen wir? Silizium. Oh Gott, oh Gott. Ja. Geht's schon los wieder. Aber wir können ja diesmal fahren. Äh, fliegen. Ja. Und haben auch einen dicken, fett Frachtkantin da dran. Oh yeah. Oh yeah. Haben wir denn da noch, äh, genau, Treibstofftank? Ach komm. Eins noch. Machen wir noch einen dran. Sicher ist sicher. Richtig. So. So. Das. Und jetzt wollte ich noch... Wolltest du noch was? Hier, Rumpfblock. Steine. Steinblock. Rumpfer. Ach, Steinrumpfblocker. Steinrumpfblocker. Was bist du? Was hast du gesagt? So, alles gut. Noch mehr Arbeit? Ich kühle dann mal. Ihr habt da noch was vor. Ähm. Ach. Ehrlich. Du, heute passt mir das gerade ganz schlecht. Wo ist denn das? Habe ich da hin? Hä? So. Okay. Sehr schön. Dann habe ich jetzt auch diese Steine. Jetzt müsste ich erst mal wieder ein bisschen zu bauen haben. Haben, haben. Was? Da. Da. Was, kalt? Da. Da. So. Gasoline. Was? Wie bitte? Was? So. Warte mal jetzt nochmal hier. Dann muss ich jetzt... Die Frage nicht. Dann muss ich jetzt... Da hin bauen. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier? Ach, solche Ecksteine. Eckstein, Eckstein. Alle müssen versteckt sein. Die habe ich natürlich wieder nicht. Boah, das majestätische Schiff, wie es hier steht. Ach. Herrlich. Ich wäre froh, wenn mein majestätisches, ähm... Hier mein majestätisches... Gewächshaus. Gewächshaus mal fertig wäre. Ja. Das wird noch. Das wird noch. Das kriegen wir ja noch hin. Das kriegen wir ja noch hin. Vier brauche ich davon noch. So. Machen wir das auch gleich mal für das... Gewächshaus. Aber ist gut. Dann habe ich in der Folge wenigstens geschafft, das Raumschiff komplett fertig zu bauen. Und... Zu parken. Sogar getestet. Das zu parken, ja. Komplett fertig gebaut. So willst du ins Weltraum fliegen? Äh... Naja, es fehlt jetzt noch Sauerstoff, aber... Aber ich würde mal interessieren, ob das jetzt vielleicht sogar aushält. Ähm... Das würde ich gerne trotzdem mit einem Backup vom Safe-Game machen. Ja, natürlich. Ja, gut. Würde ich sagen, ne? Sollen wir das nächste Folge gleich mal probieren? Können wir machen. Okay. Ja. Sehr geil. Versuchen wir in der nächsten Folge mal ins All zu fliegen und wieder zurück. Und nicht auf dem Planeten zu zerschellen. Wir versuchen das mal. Genau. Aber ich glaube, ich baue früher dann erstmal den Sauerstoff-Generator, ne? Damit wir da auch... Nicht ersticken. Ach, geht gar nicht. Da färfe... Beziehungsweise doch, geht. Äh, du hast bestimmt noch bei dir ein bisschen Silizium drin. Guck mal gerade. Da muss ich dir das leider stibitzen. So. Hast du nicht gesehen? Wie frech er einfach ist. Wie frech... Hast du nicht... Hast du nicht gesehen? Wie frech er einfach ist. Ja. Feuergerät. Ja. Und wie ich schon wieder das falsche Gebot hab. Würde ich trotzdem sagen, dass wir mal zum Ende kommen. Ja. Moment. Pick, Pock, Pock, Pick, Pong. So. Okay, liebe Freunde. Ne, du warst doch, oder? Ja, ja, genau. Ach so. Ich warte nur auf dich. Genau. Also, ich hab ja gerade schon gesagt, was wir geschafft haben. Also, ich, Raumschiff fertig gebaut, getestet. Was hast du Schönes gemacht, Onkel? Du hast die Plattform gebaut für mich. Ich habe die Plattform, genau. Dann hast du das Gewächshaus weitergebaut. Du hast gejagt. Und wir wollen jetzt in der nächsten Folge, hat gerade Onkel angekündigt, mal testen, ob wir jetzt ins All fliehen können und auch wieder zurück. Genau. Also, freu dich schon auf die nächste Folge. Auf jeden Fall einschalten. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.